Leute, dieses Event Pack Opening wird unterstützt vom EA Creator Network. Die haben mir freundlicherweise für mich selber 6700 Coins zur Verfügung gestellt, um ein bisschen was aus dem Event rauszuziehen. Ich pay das komplette Event durch, um die Erbstücksplitter zu bekommen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Pack Opening. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Pack Opening. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Pack Opening. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Pack Opening. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Pack gloves. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Pack Opening. ارg Das war's für heute. 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 Das war's für heute.